So sieht ein Drehtag in meinem Näh-schräger Wohnzimmer aus. Zuerst das Setup aufbauen und die Beleuchtung spielt dabei eine wichtige Rolle. Mit der einen Kamera filme ich direkt über meinem Tisch, da zeige und erkläre ich dann die einzelnen Schritte. Und mit der anderen Kamera filme ich die Nahaufnahmen an der Nähmaschine. Und ja, ich baue jedes Mal alles auf und ab, weil ich Ordnung und Struktur liebe. So, vor dem Dreh jedes Mal schauen, dass alles gut im Kamerabild ist, dann erklären, nähen, erklären, nähen und ich sag euch, nicht alles ist gleich beim ersten Mal im Kasten. Ganz wichtig ist auch zwischendurch die Flausch streicheln, dann noch Nahaufnahmen und Fotos vom Nähprojekt machen, das Setup fürs Intro umbauen und wenn das fertig ist, noch abbauen und aufräumen. Was dann noch fehlt, ist die komplette Postproduktion, die mindestens genauso lange dauert, aber das mache ich nicht in meinem Nähzimmer.